so liebe freunde ich bin ein bisschen abgestiegen jetzt in den letzten spielen die ich leider auch nicht aufgezeichnet habe oder besser zu eurem glück nicht aufgezeichnet habe ja das letzte spiel war dann wieder ein sieg muss hat mich wieder ermuntert mal wieder ein bisschen aufzunehmen weil ja also so leicht ist im bronzerbereich war so leicht ist an diesem einen tag war wo ich da wirklich 14 siege an folge hatte ja so 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 sehr ärgert mich das spiel gerade im moment also ja tut du ist natürlich immer super mal gucken vielleicht läuft es auch so ich hoffe es einfach mal die heilung ja wir haben leider nur ein heiler ich weiß das ist gerade doof das ist gerade suboptimal müssen wir so einen roadhog halt hier einfach mal so chasen und solcher haben wir doch solcher haben wir da müsste sich eigentlich nur um die farante kümmern so ganz schnell einsteigen ja leute das läuft nicht gerade flüssig also ist ein bisschen chaotischer spiel gerade und deswegen wechselt es auch gerade wir müssen es halt jetzt echt noch einmal kriegen also auch ein bisschen gruppen hier leute ja ja das läuft jetzt nicht so toll so gut es gerade eben noch lief ich habe auch noch ich habe erst einen kill das ist mit diva das ist seltsam macht denn irgendjemand noch die fähre bitte 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 oh nein Nein. Alter, wo sind denn die schon wieder alle? Das ist die Fairrun. Das sind die Breckskarten, Vorsicht. Das ist die Breckskarten. 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 Dr. Mercy! Sieber meldet sich zurück! Runde 2 verloren. Punkt der Stand ist 0 zu 2. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 3. Volle Energie! 5, 4, 3. 10, 4. 10, 6, 7, 8. Die Schwerer ist wichtig! Ihr geht an die Hände, Sie werden fangen! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Jetzt wird's massiv. Probiert euch! Probiert euch hier! Ich bin einfach zum Jungen zu sterben! Jetzt wird's! Runde 3 gewonnen. Punkte stand 1 zu 2. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 4, nehmen Sie die Ziehpunkt ein. Die Ziehpunkt sind in der Mitte. Was ist das? Jetzt werden wir gefahren. 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 Was ist das Spiel? Was ist das? Die Doh! Die Doh! Die Doh! Jetzt geht's nicht mehr, es gibt ein paar Kräfte! Ich bin der Duhrer, sie sind meine Uhländer! Ich bin der Duhrer! Ich bin der Duhrer, ich bin der Duhrer, ich bin der Duhrer. Zeit, meine APM anzugeben! Alle Regler auf Anschlag! Lass uns den Schuh aktiv! Hälter und sterben! Die Wälder ist in der Abenteuer. Die Wälder sind in der Abenteuer. Lass uns schon aktiv! Rückgeschlossen vor! Vollfunktionsfähig! Ich empfehle dich, hinter meiner Beine zu bleiben. Eins zu haben! Jetzt wird's passiert! Sieh! 3. 3. 4. 4. 5. 9. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 16. 18. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 21. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 24. 25. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt bei diesem Spiel. Ja, ähm, ja. Schön war es. Wieder ein Sieg. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.